Made in Germany ist fast überall auf der Welt ein Qualitätssiegel für sorgfältig hergestellte, hochwertige und langlebige Produkte. Hans Grohe fertigt über 80 Prozent seiner Artikel in Deutschland, in sechs Werken im Schwarzwald und liefert in rund 130 Länder auf allen Kontinenten. Warum bleibt der Armaturen- und Brausenhersteller dem deutschen Standort treu? Was heißt das überhaupt? Qualität made in Germany. Und was versteht Hans Grohe darunter? Seit über 110 Jahren feilt Hans Grohe an einer Harmonie aus Hightech und Handarbeit. Auch heute noch verlässt keine Brause, keine Armatur das Haus, ohne von Hand bearbeitet worden zu sein. Jeder einzelne Produktionsschritt wird von einem Menschen kontrolliert. Die Sanitärspezialisten haben viele Fertigungstechnologien selbst entwickelt, etliche Maschinen und Werkzeuge eigens konstruiert. Sie betreiben sogar eine Messinggießerei, in der sie die Rohkörper für ihre Armaturen gießen. Auch die Kartusche, der Motor und das Herzstück einer Armatur wird im Schwarzwald angefertigt. So behält Hans Grohe alle Schlüsselkompetenzen im Werk und stellt sämtliche Kernteile selbst her. Sicher ist sicher. Das Unternehmen ist innovativ, handelt nachhaltig und entwickelt Zukunftsideen in seinen Forschungszentren. Viele von ihnen schützen Umwelt und Klima und sind als vorbildlich ausgezeichnet. Zum Beispiel die schadstoffarme Filtertechnologie in der Galvanik, die einen Wissenschaftspreis des Fraunhofer-Instituts bekam. Ihre Galvanikbäder reinigen die Schwarzwälder mehrfach und setzen sie immer wieder ein. Das schont Ressourcen und Gewässer. Großes Augenmerk liegt auch auf dem Recycling. Rund 90 Prozent aller Abfälle aus der Hans-Grohe-Produktion werden wiederverwertet. Sämtliche Messingreste wandern zurück in den Ofen, wo sie wieder eingeschmolzen werden. Wann immer möglich, ersetzt man chemische Veredelungsverfahren durch physikalische. Doch Nachhaltigkeit bedeutet für Hans Grohe noch viel mehr. Für die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter zu sorgen, sie beschäftigungsfähig zu halten und Gesundheitsproblemen vorzubeugen. Gemeinsam klügelt man Methoden aus, die verhindern, dass jemand zu schwer trägt, sich zu oft bückt oder falsch hebt. Denn Hans Grohe liegt jede Fachkraft am Herzen. Das Unternehmen fördert den Wissensaustausch zwischen erfahrenen Mitarbeitern und Berufseinsteigern. So lernen alle voneinander. Und kein Know-how geht verloren. Logistik-Profis sorgen für reibungslose Abläufe und eine schlanke Produktion. Eine sensorgesteuerte RFID-Technologie schickt die Brausen, Armaturen und Montageteile an den richtigen Platz. Die letzte Qualitätsprüfung stellt sicher, dass die Ware vollständig ist und das Werk einwandfrei verlässt. Zu Qualität Made in Germany gehört auch ein erstklassiger Lieferservice, der die Artikel rasch zum Kunden bringt. Diese Effizienz in Logistik und Herstellung, die qualifizierten Mitarbeiter und der Erfindergeist erlauben es Hans Grohe in Deutschland zu produzieren, zu international wettbewerbsfähigen Kosten. Die Fertigung in sogenannte Billiglohnländer zu verlagern, war nie ein Thema. Was aber hinausgetragen wird, ist der hohe Anspruch. Hans Grohe liebt sein Verständnis von Made in Germany in allen Werken weltweit. So steht Made by Hans Grohe für nachhaltig gefertigte Produkte, auf deren gute Herkunft man sich verlassen kann. Für von Hand veredelte Armaturen und Duschen in Top Design, die sich einfach gut anfühlen.